Fußbälle, Volleybälle, Springseile und Badmintonschläger für alle und das komplett kostenlos. Das gibt es jetzt hier in Wiesbaden in Mainz-Kastell am Spielplatz Eleonorenstraße. Hier ist feierlich eine sogenannte Sportbox eröffnet worden, ungefähr so groß wie ein Stromkasten. Da drin sind verschiedene Sportgeräte und die kann man sich über eine App komplett kostenlos für eine gute Stunde ausleihen. Die Sportbox ist eine ganz tolle Erfindung. Ich glaube, sie kommt aus dem Holländischen. Wir haben schon seit mehreren Jahren Kontakt mit den Herstellern. Stellen Sie sich vor, das ist Größe eines Stromkastens etwa, allerdings viel massiver, viel stabiler. Und diesen Kasten können Sie mit einer App öffnen. Dann sind dort fünf oder sechs Schubladen, in denen verschiedenste Sportgeräte sind. Da sind Kettleboys drin, da sind Fußbälle drin, Volleybälle, Badmintonschläger, Tischtennisschläger, wenn eine Tischtennisplatte in der Nähe des Aufstellungsortes ist. Und das können Sie sich ausleihen für eine Stunde, dann legen Sie es wieder zurück. Die Box wird wieder geschlossen und im Grunde genommen ist das also ein ganz, ganz niederschwelliges Angebot, sich zu bewegen, mit Gerät zu bewegen, draußen im Freien, auf der Wiese, wo auch immer.